Ja heute gibt es einen kleinen Rundgang in 360 Grad durch die V8 Lounge. Das heißt ihr könnt mit dem Handy euch umschauen bzw. mit dem Finger auch über den Bildschirm wischen oder auch am PC mit der Maus und ihr könnt die V8 Lounge aus allen Ecken und Winkeln euch angucken. Viele kennen wir natürlich schon auch von den Videos oder vielleicht auch von Fotos wo ich die Autos präsentiere. Hier steht gerade ein schöner 91er ZR1. Der fahre ich auch im Moment selber. Sehr schön und macht auch sehr viel Spaß zu fahren. Ich mache gerade hier eine Tür auf, dann könnt ihr euch auch mal ansehen. Ja ansonsten hier neben dran habe ich ja meine Küche. Auch wichtig wenn ihr zu Besuch seid kommt ihr auch immer mal einen Kaffee hier von mir. Und wir können mal nach draußen gehen. Da könnt ihr euch auch mal umschauen bzw. einen Blick drauf werfen. Ja im Moment bis Januar natürlich nicht so ansprechen vom Wetter. Ein bisschen trüb und deprimierend hier vom Wetter her. Alles ein bisschen grau. Das Müllauto kennt ihr wahrscheinlich auch. Die Citroën HY. Und hier nebenan habe ich meine Werkstatthalle. Die gehen wir auch mal schnell rein. Steht auch im Moment. Das ist ein Kundenauto. Eine 70er. Auch ein sehr schönes Auto. Wird auch in den nächsten Tagen bearbeitet und fertig gemacht. Ich habe jetzt nicht extra hier für das Video hier die Werkstatt komplett aufgeräumt. Ich hoffe ihr verzeiht mir das. Hier nebenan seht ihr ein kleines Lager von mir. Da habe ich viele Korvette Teile drin. Viele Sachen die man so im täglichen Gebrauch halt benötigt bei der Arbeit an den Korvetten. So. Ich bringe euch mal gerade nach draußen. Draußen steht der Hauler. Der ist eigentlich immer einsatzbereit. und wartet auf der Straße auf seinen nächsten Einsatz. Der ist auch häufig im Einsatz. Fast also jede Woche auf jeden Fall. Hier der sein mehr oder weniger festen Parkplatz. Ja ich würde mich natürlich freuen wenn ihr auf jeden Fall hier mal vorbeischaut. Egal ob es jetzt hier im Winter ist oder natürlich auch ein bisschen schöner im Sommer. Wenn die Sonne scheint. Ich sage auf jeden Fall danke dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Danke und Tschüss. MDR 2018 MDR 2018 MDR 2018